Servus Leute! Willkommen zurück bei Call of Duty Mobile! Schönen Ostermontag für euch und ich würde sagen wir machen heute mal mehr Spieler und zwar habe ich Bock auf Osterrequisitenjagd. Genau, packen sie sich dick ein für eine winterliche Partie verstecken. Warum winterlich? I don't know. Lassen wir uns mal überraschen. So, wir sind in Tunisia, natürlich ganz winterlich. Wtf, 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 wtf. Wir nehmen den Müll. Okay, alle nehmen den Müll. Auf der Map kenne ich mich nicht so gut aus. Oh, was ist denn hier? Das können wir mal nehmen. Let's do it. So, ich hoffe ihr hattet alle Schiene Oster, ne? Ich hab euch für ein Eier gesucht. So, hübsch. Naja, alles gut. Den Modus kennt ihr wahrscheinlich. Okay, jetzt geht's los. Fick da, Alter. Richtig. Scheiß Ficker, Mann. Was? Nein. Scheiße. Okay. Schade. Ja, okay. Zum Spawn hin. Das ist natürlich nice die Idee. Aber wenn jetzt jemand kommt, der sieht den noch direkt. Ja, kann man machen. So ne Scheiße, ey. Wetten wollen wir lieber nicht drauf. Zweieinhalb Minuten noch, das schafft er nicht. Der wusste genau, wo wir waren. Der wusste genau, wo wir waren. Okay, sieht bei dem ganz gut aus, tatsächlich. Zwei Minuten noch. Bin gespannt. Ist aber auch keiner da in der Nähe, ne? Also kein Gegner da. Nice. Oh, jetzt. Ah, dicker. Ja, krass. Was? What? Oh, jetzt kommt aber gleich der Pfiff? Ne. Er ist weg. Ja, krass. Er überlebt das einfach. Komm, wir wetten auf ihn. Wir müssen Glück haben. Komm. Direkt am Anfang. Der Spot war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, er war wieder so gut, oder so offensichtlich, ne? Ich glaube, den kennt man dann einfach. Okay. Eine Minute noch. Komm, dicker. Halt durch. Wir sind letzter, Alter. Wir sind einfach letzter. Shit. Fünfzig Sekunden. Oh, jetzt. Oh, shit. Jetzt kommt gleich der Pfiff. Oh, no. Jetzt. Shit, Bruder. Nein. Wir haben sogar noch die Wette verloren. Oh, fuck. Auch gut. Nicht schlecht. Mega gut. In 10 Sekunden. Okay, krass. Na, scheiße. Äh, welche Waffe wir nehmen, ist eigentlich egal. Ich nehme mal die Mc10. Ja, es ist die Mc10. Nicht die Bison, ne? So. Let's do it. Scheiße. Er ist einfach als erster gestorben. Richtig, richtig behindert. Komm schon. Komm schon. Okay. Geh hoch bitte. Geh hier hoch. Ne, das sieht alles noch mal. Warum irgendwo hier? Nein. Da vorne. Jawoll, Freunde. Täuschkörper weg damit. War das auch ein Täuschkörper? Nein. Aber der hier doch. Auch nicht. Okay. Okay. Okay, warte mal. Das stimmt hier alles soweit. Das wäre zu offensichtlich. Okay, komm. Gucken weiter. Stuhl? Hier war doch kein Stuhl. Nee. So dumm ist keiner wie ich. Hä? Der hat sich nicht mehr weg bewegt. Bro. Was hat er getan? Okay. Oh, was war das für ein Freeze? Okay. Sieht doch ganz gut aus. Nee, ich glaube das gehört so. Das auch. Warte mal, hier war doch. Oh, ich kenne doch einen guten Spot. Da müssen wir gleich hin. Täuschkörper. Okay. Wo ist sie? Hier? Nee. Okay, so ein scheiß Korb. Zurück, 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 zurück. Nee, nichts zu hören. Keiner in der Nähe. Okay. Du? Nein. Hier oben glaube ich, oder? Oh, hier war keiner. Ich habe hier keinen Falken gehört. Hier. Nee. Hä? Auch nicht. Oh, hier war keiner. Täuschkörper. So ein scheiß Korb sein, Hölter. Komm schon. Neun. Scheiße, ne. Scheiße, Leute. Okay. Mies. Ah, lief doch trotzdem ganz gut, meine ich. Also, wir haben gut abgeräumt. Äh, zwei Kills haben wir gemacht, ne? Erstmal kriegt ihr dann ein schönes Like. Gefeiert. Don't let this happen again. Ja, komm mal hier. Vierter Platz. Alles gut. Dass wir jetzt erst da drauf gegangen sind. Ah, ein bisschen kacke. Aber egal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Wir werden noch ein paar Requisitenjagden spielen. Also, ich werde noch ein paar aufnehmen, dass ich die so die Woche über ein bisschen verteilen kann. Der Modus macht schon Bock. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Osterrequisitenjagd zu tun hat und mit Winter, aber scheiß drauf. Bis dann. Bis dann. Bis dann.